Hallo zusammen, heute gibt es mal keinen Vlog zu dem Thema, wie ich mir meinen Song erarbeite, sondern, wie man sieht, liegen schon teilweise Instrumente bereit und das Sofa ist schon weggeräumt, denn wir werden heute Abend streamen aus meinem Wohnzimmer heraus. Und was es alles dazu braucht oder wie so ein Abend generell hinter den Kulissen abläuft, das zeige ich euch heute. Viel Spaß! Hallo zusammen, mein Name ist Jennifer Palm. Ich bin professionelle Sängerin und Entertainerin, aber ich bin auch Anfängerin am Klavier, Einsteigerin in der Produktion meiner Songs und Erstklässlerin an der Maschine MK3. Viel Spaß jetzt mit Jenny from the Vlog. So sieht das Wohnzimmer noch aus, bevor ich angefangen habe, umzubauen. So, also ich bin schon mal fertig mit dem Aufbau. Anlage, Licht, Herbie und Hannah stehen schon mal bereit. Jetzt bin ich so nervös und habe so früh angefangen mit dem Aufbauen, dass ich nicht mehr wusste, was ich jetzt machen soll. Da habe ich mir überlegt, ich kann euch ja zumindest mal zeigen, was ich sonst noch so mache beim Singen. Und eines meiner Supersachen ist natürlich mein Effektgerät. Das wäre dann dieses hier. Okay, aber den lustigsten Effekt, das ist der hier. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zum Stream hier in der Wohnung bei Jenny Verpallen. So, die Jungs sind schon mal dran, bauen auf und irgendwann muss man sich ja auch mal fertig machen. Bis gleich. Aufwärmen. Und dann gleich los. 4, 3, 2, 1, go. All right, all right. Ich wollte zum Spaden. Ich wollte zum Spaden. Joao, genau. Ich vaya dir. ARD Text im Auftrag des T visto Oh, wait for me, oh, wait for me if you think you must. You'll never stop this place, I will never let you go. You got somebody calling, you're thinking somebody, don't you? You think you're scared of keeping somebody close. You'll never stop this place, I will never let you go. Und das heißt, wenn Corona vorbei ist, sind wir drei, vier in der Lage, Wohnzimmerkonzerte zu spielen. Das würde bedeuten für euch, wenn euch das interessiert und ihr auf diesen ganzen Aufwand Bock habt, wir hätten Bock darauf, vielleicht sehen wir uns ja da irgendwie irgendwo irgendwann wieder. Wir spielen ein bisschen was. Und das geht Intel. Und das geht um dieا wie, ein bisschen nekumulurmfunderte zu글 war. Und das ist official. Aber irgendwann hast du einen Mümmalsatzälle点 der Höchsten, und da sind die Leute dauben, geh diesen Film wurde weiter. Und Guys zu all das, kurz auf zwei Firmen welche, drei Dinge da kleinere auditionen. Wir haben keinenđugrum und Treppe. Leute, cheers, auf einen schönen Abend und Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön für die gute Performance. Ich bin wieder alleine zu Hause und freue mich, dass ich einen schönen Abend hatte und einfach nochmal das machen konnte, was ich am liebsten mache, Musik. Ich gucke mir jetzt den Stream nochmal an, ganz in Ruhe und freue mich auf den nächsten Vlog und sage mal Cheers. Tschüss. 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 Tschüss.